hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einer neuen runde seven days to die ich freue mich richtig heute bin ich richtig gut drauf ich freue mich ich habe nämlich schon bestimmt eine woche nicht mehr gezockt weil ich so viel vor produziert hatte weil wie gesagt ist halt immer beim reisen sehr sehr schwierig das vorher zu sagen die was wo deshalb produziere ich immer sehr viel vor jetzt ist die vorproduktion aufgebraucht und ich muss also wieder ran beziehungsweise ich darf wieder ran und dafür habe ich mich hier ein bisschen in ihr seht ich habe langärmliche klamotten an ich habe mich in die in die berge von kalifornien gerettet vor der hitze bin durch nevada gefahren einen tag las vegas gemacht und bei 46 grad celsius quasi fast gestorben ist brutal und nachts 38 grad dafür als schön runtergekühlt auf angenehme 38 grad und dann bin ich einfach weiter gefahren bin jetzt hier in einem kleinen kaff mitten im nirgendwo wo es angenehme also höchsttemperatur heute 22 grad ist es nicht geil es ist einfach phänomenal und jetzt freue ich mich dass ich hier ein bisschen entspannen kann nachdem ich jetzt wirklich die letzten wochen einfach ja von texas new mexico colorado wyoming wieder runter juta arizona nevada und jetzt hier brauche ich einfach mal ein paar tage ruhe und deshalb würde ich sagen nachdem ich letztes mal so grandios verbockt hatte daran zu denken dass blutmond nacht ist ja sind wir jetzt drin es ist 19 50 die zeit tickt rasend schnell hoch das bedeutet wir haben eigentlich effektiv nur noch ein paar minuten zeit und ich will noch ein bisschen ich will noch ein bisschen in den kisten rum rusteln also schaut mal wir nehmen die schiene mit wir nehmen noch mal so eine tablette mit ich weiß nicht wie viel wir auf die mütze bekommen ansonsten ich würde gern noch modden schaut mal ich habe mir folgendes überlegt ich würde gern die pistole noch um modden und zwar läuft das alles ja es läuft ihr seid da sehr gut ich würde gerne die halbautomatik mod rein machen und die magazin vergrößerung ja ich glaube das ist mein plan lass mal schauen weil ich bin nicht ganz ich bin nicht ganz glücklich die mündungs bremse vermindert den rückschlag so schön und die leben sie mal 20 prozent chance die die beine wir schießen nicht auf beine all in wir schießen um zu töten fertig oder so und natürlich haben wir uns den stahlknüppel gebaut da habe ich mich schon darauf gefreut wir nehmen mal die mods raus und ich hoffe dass der im dreier slot hat müsste aber also schaut mal der vergleich noch mal 28,4 zu 32 1 hat sich sehr gelohnt dass wir das gemacht haben und er hat dreier slot sehr gut das bedeutet zack zack und los geht ich glaube dann können wir scram oder 7 holz jawoll los geht's dann kann ich die mods wieder einpacken ich würde noch mal munition mitnehmen für die pistole so und ich glaube das war es oder wir können uns nur überlegen das gewirr ach so ich hatte da keine keine mod drauf ja weil ich ich hätte gern noch ein zielfernrohr drauf aber dann müsste ich auf was anderes verzichten wisst ihr was ich glaube ein zielfernrohr ist mir wichtiger als das was drin ist ich muss mich beeilen das hier ich glaube ich hätte lieber ein zielfernrohr drin wir probieren das einfach zack zack so essen trinken aber wir müssen uns wenn die blutmonat vorbei ist ganz dringend um essen und trinken kümmern und wie gesagt ein bisschen buffen vielleicht ich finde auch zugegeben das bier nicht schlecht ich nehme es mal mit ich weiß es ist für faustnahkampf eigentlich gedacht ja aber es macht halt 50 prozent mehr ausdauer und ausdauer wiederherstellung und alles schon nicht schlecht und betäubungswiderstand eigentlich ist es nicht schlecht so werft das mal rüber und wir können auch noch ein kaffee mitnehmen so dass wir uns ein bisschen mehr machen dieses mal und ansonsten hier einmal zu machen da war zu zu hier lasse ich offen weil die uns ja immer die türen kaputt machen weil sie hier das als abkürzung nehmen zeigt aber auch das bedeutet egal was wir hier machen in der blutmonat ist das hier immer gefährdet und wir müssen aufpassen so jetzt natürlich ganz ganz wichtig leute outfit change oder das biker outfit war ja das was ich mir ausgesucht hatte für die blutmonnächte und damit würde ich sagen das einmal rüber und ansonsten ich würde noch das hier mitnehmen wollen weil ich weiß ja nicht ob wir kommen und noch ein paar verbände was soll's und das hier auch noch kommen lieber zu viel dabei als zu wenig kommen ja weil ich ja eben nicht weiß ob die verbände uns ausreichen und so weiter und damit würde ich sagen wo schaut man nur noch ein paar sekunden minuten sekunden tür ist zu repariert haben wir alles ich habe auch den hammer mal dabei aber kein mit keine steine oder sowas von dem her ist es egal und zu wenig holz und große reparaturen zu machen hier ist zu hier ist zu die klappe können wir auch mal austauschen ist aber gar nicht so wichtig ich würde sagen wir schalten den schon mal ein schaden wird es nicht und ansonsten jo das ist cool ich dachte nehmen wir mal an wir stehen hier und ich sehe dann polizisten so unwahrscheinlich dass ich auf die entfernung überhaupt dazu kommen und ja da würde ich jetzt sagen die paar minuten warten wir noch gleich geht's los ich freue mich voll ich bin eigentlich ziemlich entspannt auch wenn ich weiß dass natürlich der schwierigkeitsgrad immer angezogen wird und wir spielen immer noch immer noch auf normale weiß nicht wann ich da auf krieger hochgehen aktuell noch normale aber mit erhöhter zombieanzahl das bedeutet es werden mehr kommen und dann würde ich sagen noch ein schluck kaffee wie gesagt eigentlich bin ich recht entspannt ich glaube die falle würde für dieses mal noch wird für dieses mal noch sehr gut funktionieren ich sehe gerade irgendwas ist schwach an der rüstung ja nimm die mal raus und reparier die stiefel ja wird noch wird noch gehen und mit der darpfalle wie gesagt ja ich habe eine idee aber ich würde sagen nächstes mal ich werfe die mal hier rein druckplatte ja wäre alles da und dem her muss ich gar nicht dass wir dann eine druckplatte drin haben dann hätte ich sie aufbauen können aber ich hätte gerne so eine längliche druckplatte das hätte ich gern ich glaube mein plan dass da unten aufzubauen also hier würde nur mit einer länglichen druckplatte gehen weil ich nur so sicher sind naja schauen wir mal so es geht los in drei zwei eins let's go da ist er gespawnt habt ihr es gesehen so aufnahme läuft ich muss mein obs im auge behalten das zickt da immer mal wieder rum ich habe gar nicht nachgeladen nachladen nachladen ich hatte das gefühl dass das in der ersten runde nicht so war in der ersten grünen nacht hier oder dass die so in so einer großen zahl runde gefallen sind ich meine ist ja nicht schlimm ich muss den dahinten mal ein bisschen anklopfen der hat sich irgendwo verhakt und ich will nicht dass der mir gleich was abbaut hier ja du kannst gleich was für blut oder genial ich mag es zwar eigentlich zwischendurch zu tun aber hey kommt das hat sich angeboten oder sowie wie geht es da drüben alles cool alles gut wie gesagt ganz wichtig immer auch ein bisschen im auge behalten wo die sich verhaken und dieses mal auch auf die leben achten also wenn ich eine abkriegt dann würde ich mich immer gleich von ja das war unnötig trot zu verbrauchen aber das war falsch falsch ausgewählt ja hier unten ist wie immer so ein bisschen der spot wo sie sich verhaken hier an dieser treppen schule hoch okay ich habe eine abbekommen aber bin ich schwer verletzt ich würde mal noch abwarten bei 100 bei über 100 warten noch ab das macht so laune wer macht mir ein bisschen sorgen hier bis jetzt ab und zu kann man auch mal so ein bisschen was haben soll erstmal euch beide weg wurde ist schon wieder da oder es sind mehrere dieses mal und ich glaube ich habe vögel gehört aber ich muss mich erst um den kümmern weil ich habe hier oben noch alles aus holz das bedeutet ich darf da nicht nachlässig sein sonst ballern wir die mir das dach weg ist wäre nicht so schlimm weil da von oben keine zombies reinkommen aber ich will es halt einfach nicht muss ich sein okay viele hunde dieses mal habe ich das gefühl oder und wer da unten ich dachte gerade dem muss ich helfen ihr wisst ja manchmal muss man denen ein bisschen nachhelfen euch beide weg dich weg ist richtig entspannt leute habe ich das letztes mal auch gesagt und dann bin ich gestorben ja ich glaube schon oder schaut mal hier hinten ist jetzt irgendwas oder war das letztes mal auch so dass die an der stelle irgendwie hängen geblieben sind auf 95 der hat mir glaube ich eine mitgegeben wisst ihr was kaputt ist und ich glaube ich habe keine elektrische parts okay jetzt wird es interessant ich habe es nicht beachtet und nicht gesehen und wahrscheinlich okay ich muss mich verarzt okay bleibt spannend ich weiß nicht wo die jetzt genau drauf gehauen haben aber ich würde fast sagen wir können uns mal ein paar schuss ja wow okay die haben ja das ding kaputt gemacht war das ich habe noch keinen polizeist gesehen sonst hätte ich gesagt er hat von von weitem gespuckt ich habe es ja versucht ein zu zu hausen irgendwie okay geil ich feiere es total weil ganz ehrlich ich bin ja hier nicht zum entspannen oder viel mehr von den großen von den großen wölfen hier please reload und ich glaube ich habe auch vergessen deshalb sollte ich den dringend weg machen ich glaube ich habe vergessen metall mitzunehmen weil ich war da so entspannt ja ich habe vergessen metall mitzunehmen um die klappen zu reparieren ich mag es aber die brennen die brennende schafft man das einfach genial so kurze zeit zum nachladen okay wir müssen ohne ohne ding spielen glaube ich ohne die elektrik wow okay ich balle mal ein bisschen mit der schrotflinte weil es halt sehr gut ausdünnt hier zum beispiel lohnt es sich jetzt wieder einmal rein zu hauen der will drüber sie sind dann doch irgendwie erfinderisch und die halten richtig viel aus ich freue mich schon auf die roten beutesäcke zum einsammeln ja wir brauchen da unten was leute es ist natürlich so nicht der normalzustand hier die falle ist quasi noch im aufbau das bedeutet das ist noch lange nicht so wie es sein soll naja der hat mir auch wieder eine mitgegeben sehr gut getimt muss man ihm lassen sehr gut getimt der schlag oh ich habe mich noch gar nicht gebufft komm wir nehmen mal was ja einfach so ein bisschen um Ausdauer im am laufen zu halten und hier drüben eigentlich macht das ding hier einen super job muss ich gar nichts machen okay ich schaue mal ganz kurz runter ich habe schiss dass die unten irgendwas abgebaut haben schon ne aber jetzt kommen sie von der anderen Seite das ist der Punkt alright ist ja nicht schlimm wir können ja auch von hier so der ist durchgekommen na wenn es zu viele werden dann schafft der Hammer das hier nicht mehr die wegzuballern ist ja klar dann müssen wir supporten aber ist ja cool dafür sind wir doch hier wenn die immer nur runterfallen die kriegen nicht so viel Fallschaden das Ziel ist natürlich hier unten auch alles mit den Klingenfallen vollzustellen so dass die natürlich nicht nur den Fallschaden nehmen sondern der Hammerbox die runter und die müssen sich erstmal durch die Klingen wieder durchhangeln also alles cool ja der macht das schon gut da komme ich fast gar nicht mit so wie der das macht ein Schluck Kaffee kurz sonst wird er kalt ja aber ich finde der hat eine gute Frequenz so die wegzuballern aber nur wenn ich drauf hau auf lange Sicht wird es halt was hier ja jetzt kommen sie von der Seite wie viel Uhr haben wir? 0.38 Uhr also wir haben noch ein Stück ein Stück Weg zu gehen und das Schlimmste was passieren könnte ist dass sie die Leiter abbauen und wenn sie dann von der Seite kommen weiß ich nicht ob sie die Wegfindung haben hoch auf die Treppe aber hey wir schauen einfach mal ich muss die mal ein bisschen weg machen das dauert mir sonst zu lang wie viel Schuss? 397 ist schon okay der lebt noch achso hey Leute lasst mich mal kurz versuchen aber wie gesagt ich glaube ich brauche electrical parts um das zu reparieren habe ich es gerade kaputt gemacht? ja habe ich Eisen und electrical parts okay das bedeutet ich sollte mir hier unten in unsere Kiste ein bisschen Material rein weil ich vergesse es sonst in der Nacht oder in der Vorbereitung da denke ich einfach nicht an alles und dann wäre es gut wenn wir das hier drin hätten electrical parts haben wir ja massig und Eisen muss ich ja sagen ist jetzt auch nicht so gut wir haben viel rausgeballert für die ganzen Sachen jetzt diesen Knüppel und so aber ne der Knüppel war aus Stahl richtig? naja auf jeden Fall haben wir viel rausgeballert jetzt im Bauen was aber auch wertvoll ist sind das weil das ist jetzt auch kaputt und ich glaube nicht dass das einer von den Zombies war Frage ist es sind es zufällige Ausfälle oder dass es einfach mit der Zeit ausfällt? ich bin mir nicht sicher oder muss das wirklich Damage kriegen dafür dass es ausfällt? das finde ich jetzt ein bisschen strange und hatten wir ja letztes Mal auch nicht Schürfwunde Infektion ich finde das Symbol immer so gut das sieht so aus wie jetzt hat er sich das Knie aufgeschürft aua okay wir müssen ein bisschen mehr schießen vor allem beim Schießen kann ich halt weiter wegstehen hier von der Klappe und das ist gut für uns sonst kriege ich noch mehr auf die Mütze und es ist 1.26 also es kommen noch ein paar ich finde unsere 2er Pistole übrigens macht sich ganz gut vom Schaden her eigentlich oder? könnte schlimmer sein ja hey Leute das ist doch ich finde es cool dass wir jetzt so ein bisschen ja Probleme hatten also dass jetzt zum Beispiel die Elektrik hier ausgefallen ist und so ein Zeug das feiere ich schon das ist ein bisschen den Schwierigkeitsgrad erhöht aber ansonsten hey unsere Falle macht einen guten Job so kann er du noch einen du du hau ich jedes Mal würde das also selbst wenn ich hier okay ich muss mal kurz was schauen ich muss den zum zum Reparieren aufheben richtig hey das war doch gerade so dass ich jedes Mal irgendwas Metallischem eine mitbegeben habe oder obwohl ich hier stand strange naja dann ballern wir noch ein bisschen wobei das lässt mich jetzt nicht hier nicht aber ihr habt es auch gehört oder es war ein metallisches Klingen das bedeutet irgendwas habe ich erwischt beim Zuschlagen da schon wieder komisch okay äh Pistole ist gleich schrot habe ich eigentlich noch recht viel wobei es halt echt überdimensioniert ist hier schrot drauf zu ballern das sind die ganz normalen die kleinen und das ist auch überdimensioniert ne 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 so ich muss halt versuchen schneller zu sein als der beziehungsweise zur Not kann ich ihn auch wegnehmen oh hallo meine Freunde bevor die mir die Klappe abbauen lassen wir den da drüben arbeiten und wir arbeiten hier die war schnell oh nicht unter den Rock schauen Leute macht man nicht selbst nicht bei Zombies so okay hier können wir glaube ich jetzt mal wieder so ein bisschen jetzt nicht übertrieben oh der ist ohne gefallen weil es macht schon einen deutlichen Unterschied finde ich ob du den Elektrozaun hier hast den Elektrograd oder nicht finde ich Kopf zerballert irgendwo höre ich sehr sehr viele und es hört sich an als ob es mehr sind als es hier hoch schaffen das bedeutet ich mache mir ein bisschen Sorgen dass die unten an an der Basis vom Turm sich abarbeiten aber ich kann jetzt nicht runter schauen bedeutet ich würde mal abwarten wollen und ich hoffe dass unsere Klappen halten ansonsten wisst ihr ja Plan B ist Lauf Forest Lauf den haben wir immer den Lauf Forest Lauf Plan ich finde es dann doch immer gut dass sie hier strugglen und runterfallen dann hat man so ein bisschen Zeit mal vielleicht kurz nachzuladen also ist schon ist schon nicht schlecht ich freue mich so den Loot einzusammeln diese großen Hunde muss mal kurz die Schrot da ist ein Geier ist der ne der arbeitet noch ok ich habe immer das Gefühl das macht kein Damage ah Mist können sie bitte danke wir hätten auch mal diese oh jetzt kommt ein Polizist ok also wir sind noch nicht durch wir sind noch nicht durch aber unsere Waffen sind gleich durch ok lass mich mal ganz schnell ähm reparieren und reparieren so irgendwann muss auch der Polizist hier mal kommen und ich muss sie wegkriegen jetzt ciao ciao der ist unten noch ähm nur noch 149 Schuss nicht mehr viel ok wow ähm es zieht jetzt noch mal richtig an zum Schluss ist so mein Gefühl und ihr seht die Klappen haben schon richtig was abbekommen ok du kriegst eine mit dem Knüppel erstmal ja ich glaube auch dass dieses Säurezeug richtig Schaden macht ähm ich muss diesen ich muss den Polizist wegkriegen wisst ihr denn da so so hier nochmal rein mit der Schuhe wow ok Leute cool äh ich schiebe immer rüber zum OBS ihr wisst ja das alte Problem jetzt hab mich wundern wenn ich immer so ein bisschen hier weil das ist sehr unauffällig du hast ja dein Standbild ja das friert komplett ein und dann seh ich immer nicht genau ist es jetzt eingefroren oder tut's noch hehehe das ist nicht so klar ersichtlich immer was geht da drüben alles cool den hier mach ich gerne mit dem Schrotflinte hier yes ok ja unsere ähm nennt sich das Gehirnerschütterung was wir hier haben wie viele von den Hunden jetzt dieses Mal gekommen sind Wahnsinn also die kleinen Hunde und diese großen ja nochmal einer könnt ihr bitte aufhören da unten ok ähm lasst mich mal kurz nochmal ein Verband nehmen und dann ja ich muss schon gestehen dass ich das Gefühl hab dass ich ziemlich aufgeschmissen wäre wenn wir die das automatische hier nicht mitgenommen hätten so letzte Runde bedeutet ich spare mir das oh oh ok Leute es ist gefallen das bedeutet Rückzug ist wahrscheinlich angesagt jo Leute Rückzug oh Leute wir werden doch jetzt nicht sterben oh nein wir werden sterben ja oh oh wow ok die haben die Klappe durchbrochen krasser Schild oh 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 hätte ich nicht gedacht erstmal ein Schluck Kaffee auf den Schock erstmal einen Kaffee ey gab es jetzt mal eine Blutmonat wo ich nicht gestorben bin ich glaube nicht oder habe ich Reserve Waffen in der Base nein ja 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 ich habe nichts Reserve mäßiges und wir haben nicht viel Zeit die finden mich ja hier oder ähm Mist mit dem komme ich halt nicht weit und was ich jetzt gemacht habe was super geil ist ich habe den scheiß Baseballschläger zerlegt oh so kurz davor oder so kurz davor oh oh es ist schade aber auch hier wieder äh kann ich nur sagen selbst schuld oh ich muss erstmal kurz durchatmen selber schuld weil ich hätte natürlich ähm hier Metall mitnehmen können und Electrical Parts und auch am besten Mechanical Parts alles einfach rein ähm Mist ja schade 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 ähm und guck mal haben die hier was abgebaut ja wow die haben schon richtig reingehauen hier äh hier müssen wir mehr machen mal kurz zur Bestandsaufnahme hier müssen wir mehr machen ich störe dass der Knüppel muss auf die 1 es muss es muss schon so seine Ordnung haben ähm ja wir müssen hier überall solche äh solche Teile rumbauen und hier schaut mal wenn wir das nicht gehabt hätten an der Seite werden die durchgebrochen 100% ja aber ansonsten also Fundament hat gut gehalten ähm wie viel Zeit haben wir denn ja wir haben bisschen Luft haben wir noch ähm ähm das hier muss aufgewertet werden auf Beton hier muss auf jeden Fall die Klingenfalle rein ähm hier wie gesagt hatte ich ja eine Idee diese Dartfalle hier drauf zu setzen und hier mit so einer 3er Druckplatte dass wenn die hier laufen sie auf dem Weg hier komplett immer gedartet werden wenn ich es zuschalte und das könnte wirklich ein großer äh eine große Hilfe sein wenn ich eben merke okay äh hier ist die Kacke am Dampfen ja dann kann ich das zuschalten einfach und klar auf der Seite wird das ja gespiegelt alles und dann hier natürlich auch ja und Reparatursachen um äh das Ganze so zu reparieren dass uns das nicht mehr passiert so und jetzt würde ich sagen jetzt kommt der schöne Part jetzt kommt der schöne Part nämlich schauen was wir alles bekommen ich nehme die Zeitschriften äh jetzt gleich damit das Inventar nicht so überfüllt wird ähm bedeutet das hier ist Medical ähm dann haben wir hier zweimal und das ist richtig cool dass du auch Zeitschriften hier bekommst Arbeitsstation sind wir bei 71 da haben wir bald alles ähm Technical Warfare äh wir haben die Qualität 5 vom Maschinengebett das bedeutet können wir uns bauen ich habe ja gesagt immer alle 2 Stufen würde ich gerne bauen Ballenfertigung und Rüstung so das lege ich mal hier runter achso den Rest nehmen wir auch mit bisschen was zum Reparieren bekommen Backsteine finde ich gut ähm das würde ich gleich scrabben das würde ich nehmen Munition ist natürlich jetzt sehr sehr gut für uns ähm zwei Zeitschriften also du kriegst schon richtig geile Sachen leichte Rüstung 5 also wir sind jetzt bei Qualität 5 von der Rüstung schon finde ich gut ich esse es gleich ah ne ich bin ja gestorben ich hätte es gar nicht essen müssen naja war immer noch so in dem Modus äh wir haben ordentlich was abbekommen ähm Handfeuerwaffen schadet auch nicht jetzt können wir die 3 aber ich würde sagen erst bei 4 wie immer den Rest nehmen wir mit bisschen was wieder zum Reparieren bekommen super ähm Sammelwerkzeuge bisschen Munition Stahl ist nicht schlecht bisschen Munition mit dabei oh ich freue mich auf die Roten ja komm wir machen die Roten okay ähm eine 1er wir haben eine 4er Axt jetzt wird gleich das Inventar zu voll Biker Outfit Stufe 3 ähm Rüstungsteile ist gut Schrotflintenfertigung ist gut Qualität 6 ah wir können Schrotflinte äh bauen äh oder oder Qualität 6 wir warten und bauen uns dann die äh automatische Schrotflinte schauen wir mal so weiter geht's ähm zweimal Knüppel hat aber nicht ist nicht weiter hochgegangen okay cool ähm das hatten wir schon bisschen Klebeband äh Supermais Samen will ich natürlich auch nicht wegwerfen äh jetzt wird's voll äh ähm zweimal äh Fahrzeuge das hier hatten wir wohl schon ich nehm's trotzdem das hier Scrapping was heißt Scrapping gibt Knochen oder? Schwachsinn werf's weg naja ähm ein bisschen Tee ein bisschen Munition ein bisschen Essen äh das hier hatten wir noch nicht lerne wie du Selge für Knochenschmuck und wertvolle Edelsteine plünderst verstehe wahrscheinlich mehr Beute aus Selgen oder so keine Ahnung werf die Knochen weg Brody brauchen wir nicht ähm zweimal Robotik einmal Fahrzeuge eine Schaufel wir haben schon wieder eine Schaufel gefunden ähm Schlagabwehrmod ist gut die hab ich im anderen Outfit drin die können wir uns hier einbauen ähm jetzt hab ich nicht gelesen was ich genommen hab ne das ist klar ähm okay bedeutet ich renne einmal kurz rüber weil ich maßlos überladen bin und dann komm ich wieder zurück ich muss ja jetzt ausladen was ich machen könnte ich könnte hier kurz ein paar Sachen reinwerfen wie zum Beispiel das hier das hier das hier und das hier und das wieder so ne das war eigentlich naja egal lass drin so und das können wir aufstapeln so sieht so wieder besser aus oder ähm was ich ja auch immer gerne habe und jetzt nicht nicht so gemacht hatte ich hab eigentlich immer Reservemunition hier drin absolut immer und wenn ich jetzt die die Häufen von der 762 Munition anschaue ist das Resultat von der Beute gar nicht so schlecht ich komm nicht ja aber ich komm nicht ran an den Beutel äh Rüstung verbessert ah jetzt lauf nicht immer in deine Fallen rein Trottel äh Fallenfertigung wir müssen da noch weiterkommen ja ich will ja ich komm nicht ran versteht ihr was das Problem ist mhm Mist ich komm nicht ran an das Ding kann ich das abbauen wow ich bin nicht angekommen einfach ich hab Angst dass ich erwischt werde so was haben wir denn hier ähm fertige Panzerbrechende 44er ist gut den haben wir schon ähm wir haben einen Bergarbeiterhelm gefunden nicht schlecht nehm ich mit ja ja hier hier kommen sie jetzt ich will es aber langsam Leute ich kann noch einen Sack hier aufmachen äh den hatten wir vergessen und der ist wahrscheinlich auch hier reingeglitscht ja war es aber ein bisschen blöd weil schaut mal die ist noch super gut und ich muss die jetzt abbauen nur damit ich rankomme was soll der Schaß okay oder oben liegt noch ein blauer den holen wir uns natürlich und hier muss ich machen wir das mal schnell noch zusammen ähm Form und Rotationskopie zack einmal hin da können wir wieder hochlaufen und oh der hat sich ja auch gelohnt zweimal fallen wir sind bei 40 hat sich aber nichts getan äh was für Schuhe haben wir aber Stufe 1 interessiert mich sowieso nicht Räuberstiefel ich würde die scrabben für Teile ich glaube wir haben sehr viele Teile aber ich ich schätze mal du kannst nie genug davon haben jo und ansonsten lässt mir jetzt keine Ruhe ich muss den Sack da unten rauskriegen war es da gerade ja okay von hier komme ich ran ähm die haben wir schon noch ein bisschen Munition weil schaut mal ich glaube ich habe drei Häufen mitgenommen wir haben alles rausgeballert und ich habe am Ende fast wieder drei ist okay also das Ergebnis an Munition was du findest bei der Blutmonacht ist nicht schlecht äh kann sein ich habe jetzt auch nochmal einen mitgenommen als wir losgelaufen sind ah ja ich glaube schon ja also du machst immer Verlust aber du kriegst halt immerhin wieder so ein bisschen was ist okay und ansonsten ich glaube der Generator läuft noch ja aber schaut mal so eine Füllung reicht ja ewig also wenn du natürlich nur so wenig Sachen ähm ähm dran hast wie hier ich habe ja nicht viel hier dran jo okay schade dass die dass die Dinger ausgefallen sind äh aber ansonsten vom Grundkonzept bin ich immer noch absolut pro das einzige was mir weh tut ich muss es oder ich baue es ab weil das da oben macht keinen Sinn oder ich bin nicht so blöd und baue es ab sondern lass es mal die Druckplatte stört uns ja nicht und vielleicht gibt es mal irgendwas wo ich sage ich brauche einen Auslöser genau an der Stelle für irgendwas oh ich habe voll die Idee warum nicht warum nicht eine Tartfalle hier hin bauen hier so ein Ausleger raus hier oben drauf und wenn die hier drüber laufen werden sie von vorne auch eine Idee oder auch eine Idee ja auf jeden Fall hey Leute hat Spaß gemacht also mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht ich fand es richtig cool ist auch spannend geworden und wie ich versprochen hatte ich würde gern beim nächsten Mal hier loslegen sprich das ganze Zeug hier abbauen also nicht das ganze Zeug sondern diese Leiter und dann fangen wir an das zu spiegeln und da ich wie ihr wisst nicht ganz so viel Zeit habe wirklich mal zwei Stunden irgendwie offline was vorzubereiten oder das zu machen dann haben wir es einfach gemeinsam würde ich sagen und ich kann ja so ein bisschen skippen dann immer weil manchmal werde ich bestimmt da stehen und keine Ahnung haben wo ich wie was bauen muss und wenn ich dann zu lang rumtüftel dann ist es ja klar dann werde ich das ganze skippen das nicht langweilig wird und vielleicht machen wir noch eine Quest nebenher wir müssen uns ja jetzt nicht so beeilen so jetzt ist es schon mal weg so ihr wisst was ich meine dass wir die Treppe hier einfach spiegeln und ansonsten ich bin mit der Beute auch super zufrieden wir haben wieder ein bisschen essen bekommen was mir jetzt erstmal helfen wird weil ich muss wieder auf Eiersuche gehen und ansonsten Bikerstiefel Stufe 1 würde ich scrabben das brauchen wir nicht ein Biker Outfit Stufe 3 bringt uns auch nichts wir haben Stufe 4 warum habe ich das Plünderer Outfit an ich habe das ganze Plünderer Outfit angeht hatte ich das Plünderer Outfit an Leute habe ich das Biker Outfit oh ich bin ein Trottel aber dafür haben wir gute Beute bekommen oder ich wollte ja eigentlich das Biker Outfit anziehen bin ich bescheuert schreibt sie in die Kommentare wenn ich bescheuert bin schreibt sie auf jeden Fall rein ja ich habe die Outfits ich habe die Outfits verwechselt ok jetzt kann ich sie anlassen jetzt ist ja egal aber Stufe 3 ist unsere aktuelle Stufe von dem her ich glaube nicht das bringt nicht viel Geld ich würde scrabben dann kriegen wir die Parts dafür ja ok lasst mich in den Kommentaren wissen wie ich mich geschlagen habe aber ich finde im Großen und Ganzen ich würde mal gerne einmal nicht sterben das wäre ziemlich cool aber ich bin mir sicher das kriegen wir hin sobald wir den zweiten Treppenaufgang haben und sobald wir mit den Darts fallen und wir haben ja auch den Geschützturm sobald wir die Falle da noch ein bisschen optimiert haben so dass ich Support zuschalten kann und mit den richtigen Teilen die hole ich gleich raus das mache ich jetzt sofort im Anschluss also sprich ein bisschen Metall ein bisschen elektrische Teile und ein bisschen mechanische Teile alles was wir brauchen zum Reparieren nehme ich schon mal mit und platziere es drüben und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder ein bisschen bauen ein bisschen questen ich freue mich drauf lasst ein Like da wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal Leute Ciao